Dresden, Hiroshima, Vietnam! Frau Meinhoff, Sie haben die Seite der demonstrierenden Studenten eingenommen. Warum? In der rechten Presse ist die Schuld an der Katastrophe vom 2. Juni den Studenten selbst in die Schule geschoben worden. Die Wahrheit ist aber, dass Freiheit in diesem Staat die Freiheit für den Polizeiknüppel ist. Nur die Knarre löst die Starre! Wir haben gelernt, dass Reden ohne Handeln Unrecht ist. Wir bauen eine Gruppe auf. Wir werden die politischen Verhältnisse ändern. Wie soll das denn gehen? Was denn das für eine scheiß bourgeoisie Fragestellung, ne? Wir machen das. Wollen wir da mal drauf gehen? Wir sagen, der Typ in der Uniform ist ein Schwein. Es ist kein Mensch. Und so haben wir uns mit ihm auseinanderzusetzen. Und natürlich kann geschossen werden. Kaltblütig abgeknallt. Jetzt ist Krieg. Ich denke mal, dass der Schmuck bald vorbei ist. Ich denke, dass Gruppierungen, die die Verhältnisse als Bedrückung empfinden, nicht zögern werden, Bomben in das aus ihrer Sicht verkrustete Bewusstsein der Gesellschaft zu schmeißen. Wir befinden uns seit heute im Hungerstreik. Wir fordern eine Änderung der Haftbedingungen, das heißt Gleichstellung der... Sie haben die Pflicht als Angeklagte hier zu bleiben. Lass mich doch nicht zwingen, du Arschloch! Ja, Sie können doch von mir hören, dass Sie ein faschistisches Arschloch sind! Miese Watt. Wir müssen sie da rausholen, das war bald. Ein paar in unserer Gruppe denken, wir könnten eine 747 SP-Cup. Die lassen wir dann über Bonn kreisen, dann ist der Sprüch alle und das Ding fällt runter. Die Aktionen, die draußen laufen, sind von Leuten der zweiten und dritten Generation gemacht worden. Demgegenüber, was jetzt läuft, haben wir eine eher gemäßigte Politik verfolgt. Der Terrorismus hat der ersten Bauern keine Chance. Denn gegen den Terrorismus steht nicht nur der Wille der staatlichen Organe. Scheiße! Gegen den Terrorismus steht der Wille des ganzen Todes. Jetzt habt ihr den Krieg, den ihr gewollt habt! Tag im patent. Dann haben wir eine Krise in der wieder Alleghen im Eigenschaftenstädte